Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bitcoin steht aktuell bei etwa 10.000 Dollar. Wir haben nochmal ordentlich zugelegt, aber diese psychologisch wichtige Marke von 10.000 Dollar nicht wirklich bewältigen können. Wir werden auch gleich im Chart anschauen, wie oder welche Szenarien aktuell überhaupt möglich sind und bis zum Halving vor allem auch mit Hinblick darauf schauen, was da überhaupt passieren kann. Und ich habe eine sehr positive Nachricht für euch mitgenommen. Und zwar einer der bekanntesten und erfolgreichsten Hedgefondsmanager spricht über Bitcoin und investiert auch in Bitcoin. Der verwaltet insgesamt ein Vermögen von 27 Milliarden US-Dollar. Wir werden darüber sprechen, welche Absicht dahinter stecken könnte, dass er das jetzt aktuell mitteilt, wie viel er überhaupt investieren wird und was das natürlich auch für eine Auswirkung haben könnte auf den Bitcoin und auch auf dem Markt. Darüber werden wir gleich sprechen. Falls dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Erzähl es deinen Freunden. Und falls dir das Video nicht gefällt, dann behalte es für dich wie immer und jetzt viel Spaß mit dem Video. Eine Sache noch, ich bin jetzt offizieller Bitwalla-Partner. Was bedeutet das für euch? Ich habe ja schon ein Tutorial dazu gemacht, was Bitwalla überhaupt ist, welche Vorteile Bitwalla mit sich bringt. Das könnt ihr in der Videobeschreibung finden, das Tutorial. Und was für euch dabei rumspringt, wenn ihr euch hier registriert, da entstehen keine Kosten für euch. Das ist hier ein deutsches Unternehmen, wo ihr Bitcoin und Ethereum kaufen könnt. Und wenn ihr mit dem Link unter dem Video euch registriert, erhaltet ihr 35 Euro auf euer Konto, ohne irgendeine Einzahlung tätigen zu müssen. Und damit unterstützt ihr auch mich. Also wer da Bock drauf hat, kann das gerne machen. Und jetzt viel Spaß. Wir fangen an, wie immer mit der Marktübersicht. 270 Milliarden US-Dollar sind wir schon mit Marktkapitalisierung. Und die Bitcoin-Dominanz 68%. 1,5% nochmal zugelegt, was die Bitcoin-Dominanz angeht. Wir sehen das ja auch hier in dem Chart von Tradingview, dass wir hier ein Jahreshoch haben, was die Bitcoin-Dominanz angeht. Es scheint so, dass die Mehrheit der Spekulanten jetzt in Bezug auf das Halving von Altcoins auf Bitcoin umschichten. Aber auch wenn wir jetzt natürlich diesen Aufschwung haben bis auf 10.000 Dollar, möchte ich schon hier im Voraus sagen, dass es aktuell wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Es kann sein, dass wir wirklich mit dem Halving-Event so einen Effekt haben werden, sell-the-news-mäßig, dass wir nach dem Halving dann wirklich wieder dumpen. Das haben wir schon sehr oft gesehen, dass solche großen News dann wirklich beim Event dann wirklich abverkauft werden. Aktuell ist es wirklich eher irrational, dieser Anstieg kurz vorher. Ich meine, das Halving ist jetzt keine neue News, dass es kommen wird, steht schon sehr, sehr lange fest. Und es scheint halt, dass wirklich Spekulanten aktuell dabei sind, das sieht man an der Bitcoin-Dominanz sehr gut, dass vor allem Altcoins umgeschichtet werden in Bitcoin, weil da die natürlich Hoffnung sehr hoch ist, dass wir vor allem auch bis zum Halving noch weiter pumpen. Da bleibt natürlich die Frage offen, ob das wirklich so kommt. Beginnen wir jetzt mit dieser absolut bullischen Meldung, Milliardär Paul Tudor Jones beginnt mit dem Kauf von Bitcoin. Es ist sehr oft, man sieht sehr oft solche Meldungen, dass irgendwelche Vermögenden oder irgendwelche Hedgefondsmanager à la Novogratz oder Tom Lee bullische Prognosen abgeben. Aber bei denen, das sage ich ja auch immer in meinen Videos, muss man immer aufpassen, das sind Leute, die haben Unternehmen im Kryptobereich, die profitieren natürlich auch davon, wenn Bitcoin steigt. Und die sind sehr stark tätig auf dem Kryptomarkt und da muss man das natürlich gewichten, wie wichtig so eine Meinung ist. Aber hier haben wir einen Milliardär, der wirklich komplett neu in den Kryptospace kommt mit so einer Aussage. Er sagt, die beste Strategie ist es, das schnellste Pferd zu besitzen. Und wenn ich jetzt gezwungen werden würde zu wetten, wäre meine Wette Bitcoin. Das hat hier Bloomberg zuerst berichtet und wir sehen hier sehr starke Zitate. Er sagt, in Bezug vor allem auf die Inflation, es sind im Endeffekt Sachen, die vor allem auf dem Kryptomarkt eigentlich jeder weiß und jeder auch irgendwie propagiert in Bezug auf Bitcoin. Das sind alles Thesen, die wir eigentlich schon kennen und auch so befürworten. Aber dass das von einer so wichtigen Person, einem so großen Hedgefondsmanager kommt, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Er sagt, durch das Gelddrucken, durch die Corona-Krise, durch die vermutende kommende starke Inflation nach der Krise, muss man sich halt wappnen. Und da wettet er halt auf Bitcoin und vergleicht das Ganze mit Gold in den 70er Jahren. Also er sieht das hier als digitales Gold. Also ein Aspekt, wo wir auch immer Bitcoin sehen, ist ja natürlich digitales Gold. Und da bestätigt er uns im Endeffekt ja auch. Und dieser Kollege hier hat 5 Milliarden US-Dollar privates Vermögen und sein Hedgefonds verwaltet nochmal 22 Milliarden US-Dollar. Und er sagt, ja, dieser Fonds wird niedrigen, einstelligen Prozentbereichen Bitcoin-Futures investieren oder hat schon investiert. Das sprechen wir gleich auch nochmal an. Das würde bedeuten, dass sie mindestens 220 Millionen US-Dollar in Bitcoin investieren. Auch wenn es über die Futures läuft, bedeutet das natürlich, dass auch Arbitrage bewegt wird, gehandelt wird. Und das ist natürlich auch ein Effekt, indirekt auf den Bitcoin-Preis hat, auch wenn sie jetzt nicht direkt Bitcoins kaufen. Und irgendwie jetzt natürlich, der Kollege hier kauft jetzt hier kein Ledger Nano X und tut das unter seinen Kopfkissen. Das ist klar. Er macht das hier über die normalen institutionellen Vehikel und versucht das Ganze über Futures hier abzuwickeln. Und er sagt, er sieht natürlich auch, dass Währungen digitalisiert werden. Und natürlich durch diese kommende Inflation sieht er da Bitcoin an vorderster Stelle, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn er wetten müsste, wäre seine Wette Bitcoin. Jetzt natürlich die Frage, warum sagt er das Ganze? Ich glaube nicht, dass er jetzt so nett ist und das Ganze uns hier mitteilt, bevor er investiert hat. Ich denke mal, er hat schon investiert, sonst würde er es nicht hier so rausposaunen. Auf der anderen Seite kann es sein, dass er sehr früh oder sehr niedrig gekauft hat und jetzt versucht, Leute mitzureißen, damit er wieder hoch verkaufen kann. Das muss man natürlich auch aus der Perspektive sehen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Aber jetzt zu denken, dass er jetzt noch einsteigen wird und dadurch der Preis steigen wird, ist ein bisschen zu einfach. Er wird da schon auf jeden Fall sich aufgestellt haben. Aber was das für eine Auswirkung hat, der zieht mit so einer Aussage natürlich auch komplett andere Anlagezielgruppen an. Wenn so einer so etwas sagt, dann hören sehr viele Leute hin und auch Leute hin, die noch nicht mit Bitcoin in Berührung gekommen sind. Wenn so ein großer Typ mit so einem Vermögen und auch mit seinem Fonds so ein großes Vermögen verwaltet und sagt, ja, wir steigen Bitcoin ein, wir wollen uns hier als Hedge, also als Absicherung gegen die Inflation mit Bitcoin aufstellen. Da werden sehr viele Leute an der Wall Street und institutionelle Anleger hellhörig. Und das hat natürlich einen sehr, sehr positiven Effekt auf Bitcoin. Im Endeffekt aber trotzdem all das, wie ich gerade schon am Anfang gesagt habe, sind das für euch natürlich keine Neuigkeiten. Diese Eigenschaften, die Bitcoin hat und diese Auswirkungen der Geldpolitik, der Wirtschaftspolitik, auch der Wirtschaftslage. Und dass es langfristig natürlich auch positiv für Bitcoin ist, durch die deflationäre Natur von Bitcoin. Und das erkennt natürlich auch so einer an. Und ja, mit so einer Meinung, wie gesagt, hat das auch natürlich einen großen Einfluss. Apropos Geldpolitik, könnt ihr euch noch an diese Meldung erinnern. Am 17. April, das habe ich auch in einem Video erwähnt, als die 1200 US-Dollar Staatshilfe an die Bürger ausgezahlt wurden, wurden bei Coinbase die Einzahlungen von 1200 US-Dollar, ja, sind durch die, ja, ist durch die Decke gegangen sozusagen. Das sieht man hier, die genaue Anzahl an 1200 US-Dollar, die Einzahlung hier, nachdem dieser Stimulus-Check da ausgezahlt wurde, ist dann durch die Decke gegangen. Und da haben wir ja darüber gesprochen, dass anscheinend viele Leute da ihren Check oder diese Staatshilfe dafür verwenden, in Kryptowährungen einzusteigen, ob es jetzt Bitcoin ist oder sonst was, können wir nicht überprüfen. Aber es ist auf jeden Fall auf Coinbase eingegangen. Und überlegt mal, wie viele noch, ja, nicht genau die 1200 US-Dollar eingezahlt haben, sondern vielleicht nur 1000 US-Dollar, das fällt dir gar nicht in diese Statistik mit ein. Und es gibt jetzt einen sehr interessanten Twitter-Account, der heißt 1200 Stimulus is now worth, also wie viel ist er jetzt wert, hätte man diesen Check genau dann eingezahlt und Bitcoin investiert, hätte man jetzt inzwischen sogar 1800 Dollar. Und das ist natürlich auch sehr interessant, natürlich ist da auch, ja, ein Risiko bei gewesen, aber ist für die Leute, die es gemacht haben, sehr gut ausgegangen. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr interessante Statistiken, dass nach diesem Stimulus-Check sehr viele Online-Stores, sehr viele Orders reinbekommen haben, so Sachen wie, ja, Adidas, Klamotten, Online-Geschäfte. Viele Leute haben ihr Geld natürlich wieder direkt rausgehauen, wie üblich, nicht drüber nachgedacht, dachten, ja, cool, 1200 Dollar umsonst bekommen, gebe ich jetzt mal aus für ein paar Sneaker, für ein paar Oberteile und vielleicht noch für den Fernseher. Und andere Leute haben sich gedacht, ich investiere gerade mal in Bitcoin, der ist eh ordentlich gefallen, da kann ich für einen guten Kurs einkaufen und die wurden belohnt, 600 Dollar zum jetzigen Zeitpunkt und plus 50 Prozent, das ist natürlich eine Menge und die anderen haben, ja, ihr Geld sozusagen verbraten. Kommen wir zum Bitcoin-Chart letzte Woche vor dem Halving. Wir haben die Trendlinie, die ich euch schon letzte Woche gezeigt habe, durchbrochen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen, wenn wir jetzt in kleinere Timeframes reingehen, hier zum Beispiel in den Tagescharts sehen wir das Gleiche genauso natürlich. Wir sehen hier am 12. Mai ist es soweit, es sieht danach aus, es ist vom Montag auf Dienstag, wenn ich mich nicht irre, um 3 Uhr nachts aktuell nach der Prognose sein wird, das Halving. Ich werde, wenn nichts dazwischen kommt, live gehen. Ich habe mal in der Telegram-Gruppe gefragt, ob ihr Bock darauf habt, da war die Mehrheit dafür. Das ist ein ganz entspannter Stream, einfach mal ein bisschen gucken, wie lange sich das hält, wie der Preis sich vor allem auch verhalten wird, kurz vorher, auch danach. Und auch natürlich das Tippspiel werden wir auflösen, wer da am nächsten lag mit seiner Prognose, genau zum Zeitpunkt des Halvings. Also wer da Bock drauf hat, kann da gerne hinzukommen. Und jetzt sehen wir natürlich diese psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar. Mit dieser Marke kämpfen wir halt immer noch und sind nicht wirklich drüber gekommen. Mein Ziel war ja hier die 10.500 Dollar in diesem Bereich, wo wir diese beiden Tops am 15. Februar und am 26. Oktober 2019 gesehen haben. Was jetzt natürlich passieren kann, es gibt verschiedene Szenarien. Aktuell ist es wirklich schwierig, das Chart-technisch zu prognostizieren, vor allem mit Hinblick auf das Halving. Da ist jetzt aktuell sehr viel Spekulation. Das sehen wir ja auch, wie im letzten Video erwähnt, durch das Open Interest, was durch die Decke geht, auf den Future-Märkten zum Beispiel. Da sind sehr viele Spekulanten unterwegs. Und da ist natürlich auch die Gefahr groß, in Anführungszeichen Gefahr, wenn es dann wirklich nach unten ausbricht irgendwann. Ich denke auf jeden Fall, dass wir sehr hohe Volatilität sehen werden. Und wenn wir das Ganze nach unten durchbrechen, dass dann natürlich auch ein sehr starker Abverkauf kommen könnte. Weil, seien wir mal realistisch, von diesem Punkt hier, 3.600 Dollar hier bis 10.000 Dollar. Jetzt sind es 6.500 Dollar im Plus, 180 Prozent im Prozent gesehen. Und das ist natürlich eine Menge, ohne wirklich eine Korrektur hingelegt zu haben, seit dem Jahr 12. März. Das ist eine sehr starke Rallye. Und früher oder später muss der Abverkauf kommen. Irgendwann müssen Gewinne mitgenommen werden. Ob es dann jetzt wirklich hier in dem Bereich passiert oder noch bis zum H-Wing noch weiter hochpumpt. Das kann aktuell, glaube ich, keiner beantworten. Was wir auf jeden Fall sehen könnten, wenn wir die 10.500 Dollar nicht brechen, ist entweder ein Triple Top oder sogar ein Head & Shoulders Inverse, Head & Shoulders Pattern. Wobei ich, wie ihr schon wisst von mir, kein Fan von diesen Head & Shoulders Pattern bin, weil wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass sie sich vielleicht gebildet haben, aber nicht wirklich, wie im Textbuch oder im Lehrbuch stehen würde, das wirklich ausgebrochen ist. Also da hatten wir in 90 Prozent der Fälle oder noch höher Fehlsignale. Also wichtig wird diese 10.500 Dollar, falls wir wirklich weiter hier rüberklettern würden. Wenn wir das durchbrechen, natürlich sehr positiv. Dann würden wir diese hochs rausnehmen, würden wir diesen sehr langfristigen Abwärtstrend nochmal zusätzlich bestätigen, dass wir den ausgebrochen sind und umgekehrt haben. Ansonsten ist natürlich auch möglich, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie nochmal nach unten testen, nach dem Muster hier in dem Bereich, wo hier auch diese Zone war, wo wir verschiedene Zeitpunkte haben, wo wir als Unterstützung oder auch Widerstand das Ganze getestet haben. Also müssen wir natürlich auch im Moment natürlich beide Blickrichtungen behalten. Seid nicht, ja, ich will davor warnen, in diesem FOMO zu verfallen, falls wir wirklich hier weiter nach oben gehen. Viele waren noch vor ein, zwei Wochen negativ gestimmt über Bitcoin und natürlich, wenn der Kurs so hoch geht, schlägt die Stimmung um und dann müssen wir auch sagen, wie oft ist es bei euch passiert, in eurer Zeit, wo ihr in Bitcoin drin seid, dass ihr wirklich so oft wie aktuell den Bitcoin-Chart checkt und vergleicht das mal mit den Phasen, die wir hier hatten, falls ihr schon dabei wart. Immer wenn wir wirklich so starke Rallys hatten, war ein Abverkauf, eine Korrektur, nur eine Frage der Zeit. Deswegen will ich euch davor warnen, dass ihr hier blind hinterher lauft, falls ihr noch nicht drin seid und dann wirklich, ja, den Top erwischt sozusagen. Das ist wirklich sehr gefährlich aktuell, falls ihr noch nicht drin seid. Geht ein Hinweis in eigener Sache zu den Telegram-Kanälen. Wir haben einmal eine Community-Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen mit über 1700 Leuten und einmal den Channel, wo wir die aktuellsten News von der Webseite direkt hier reinposten. Dann verpasst ihr aktuelle Geschehnisse auf jeden Fall nicht, falls ihr reinkommen wollt. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, wie gesagt, lass gerne einen Kommentar unter dem Video da. Das würde mir sehr helfen. Registrier dich gerne bei Bitwalla. Damit unterstützt du mich und du hältst 35 Euro, wie gesagt, einfach so, ohne dass du irgendwas einzahlen musst auf dein Konto ausgezahlt innerhalb von 14 Tagen. Wenn dir sonst noch irgendwelche Fragen aufkommen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.